Nach langer Standzeit sieht der Tank eines Oldtimers äußerlich unter Umständen noch sehr perfekt aus und man mag glauben, dass das Wichtigste ist, dass er dicht ist. Was innerlich zum Beispiel während einer Ruhezeit vor sich gegangen ist, mag man sich kaum vorstellen. Wer einmal einen Tank inspiziert, der über Jahre gestanden hat, wird erstaunt sein, was er neben alten Benzin vorfindet. Es gibt viele Gründe, die ohnehin dafür sprechen, einen Tank im Laufe eines langen Oldtimer-Lebens einmal zu überholen und auch innen zu säubern. Das Wichtigste ist, dass sich die Lebensdauer des Motors dadurch erheblich verlängert. Die Ursache für die Notwendigkeit ist die Korrosion, die während der Stand und saisonalen Ruhezeit im Tank vor sich geht. Dass Überhauptrost entsteht in einem abgeschlossenen Raum, liegt im Verhalten von Kraftstoff, der nämlich Feuchtigkeit anzieht. Der Ethanolanteil im Kraftstoff, immerhin bei normalem herkömmlichen Kraftstoff auch ein 5%iger Anteil, beim neuen Ethanolbenzin auch noch viel mehr, ist chemisch gesehen unendlich wasserlöslich. Dies bedeutet, dass bei einem belüfteten Tank der Ethanolanteil des Benzins die Feuchtigkeit, die im Raum ist, anzieht und bindet, was zu einer Mischung aus Ethanol und Wasser führt. Diese Verbindung nennt man Phase. Da diese Phase nun schwerer ist als Kraftstoff, setzt sie sich am Boden des Tanks ab. Zudem kann die Phase nach langer Standzeit starke organische Säuren bilden und damit ist die Rostbildung im Tank vorprogrammiert. Grundsätzlich sollte der Tank bei längeren Standzeiten komplett entleert werden und mit einem wirkungsvollen Korrosionsschutz wie zum Beispiel Caramba-Sprühöl ausgesprüht werden. Es gibt auf dem Markt diverse Tankentrostungs- und Versiegelungssets. Der Profi geht in solchen Fällen aber mit einer sehr effektiven Lösung an die Rote Pest heran. Zur Demonstration wird hier ein Tank getrennt. Diese Technik ist bei schweren Tankschäden unbedingt zu empfehlen, da auch undichte Stellen wieder verschlossen werden können. Unbedingt ist zu beachten, dass ein Tank, auch wenn er bereits viele Jahre leer steht, Rückstände des Kraftstoffs enthält und damit bei Funkenflug zu einem hochexplosiven Objekt werden kann. Deswegen ist absolut wichtig, den Tank unbedingt mit Wasser zu füllen, bevor mit einer Flex- oder ähnlichem Hilfsmittel daran gearbeitet wird. Diese Sicherheitsmaßnahme schützt Sie vor einer Explosion durch Funkenflug. Das Wasser füllen Sie natürlich erst ein, wenn Sie bereits alle Benzinrückstände abgelassen bzw. herausgeholt haben. So vorbereitet kann nun mit einer pneumatischen Stichsäge entlang der Kante der Tank aufgeschnitten werden. Empfehlenswert ist ein Druckluftbetriebenes Werkzeug zu verwenden, da es bei elektrischen Geräten durch den möglichen Kontakt mit dem eingefüllten Wasser zu einer lebensgefährlichen Situation kommen kann. Mit etwas Überstand wird entlang der Verbindungslinie der beiden Hälften der Tank aufgetrennt. Nachdem der Tank geöffnet ist, erkennt man deutlich die darin abgelagerte Korrosion. Ein solcher Tank kann nicht mehr wirklich funktionstüchtig sein. Nun wird die Korrosion entfernt und die säurehaltige Lösung der Profi-Werkstatt eingefüllt. Hierbei ist auf eine gute Lüftung der Werkstatt und entsprechende Schutzkleidung säureresistente Handschuhe und Schutzbrille für die Augen unabwinkbar und Voraussetzung. Die Lösung ist stark ätzend und kann an der Haut und in den Augen zu Verätzungen führen. Die Lösung wirkt nun zwischen drei und vier Stunden auf die Korrosion ein und löst alle Rückstände. Die chemische Wirkung der Lösung ist deutlich zu sehen. Wenn nun alle Korrosionsrückstände gelöst sind, wird das säurehaltige Konzentrat aus dem Tank entfernt und der Tank mit Wasser gut ausgespült. Im nächsten Schritt wird der Tank mit einer weiteren Lösung ausgegossen. Diese Lösung verschließt sozusagen die Poren des Metalls und verhindert im Nachhinein ein erneutes Rosten. Würde man nur den ersten Prozess durchführen, wäre das Metall innerhalb einiger Minuten nach dem Auswaschen wieder mit Flugrost gefallen. Nachdem der Tank getrocknet ist, wird das blanke Metall mit einem Rostlöser wie zum Beispiel Karamba oder einer paraffinhaltigen Lösung ausgesprüht. Die behandelte Tankhälfte ist im Side-by-Side-Vergleich zur unbehandelten Hälfte deutlich zu erkennen. Das Blech weist keinerlei Rostrückstände mehr auf. Nach dem Entrosten sind im Tank oftmals leichte Undichtigkeiten zu erkennen. Der Rost hat das Metall durchgefressen und das Metall weist an solchen Stellen nun Löcher auf. Handelt es sich um kleine Löcher, kann man diese mit Hilfe von Hartlot füllen und von innen verschweißen. Zulässig sind nur das Einlöten von Ersatzblechen oder das Schließen der undichten Stelle mit dem Hartlot-Verfahren. Es dürfen keine Blechstücke herausgeschnitten oder ersetzt werden. Der Tank kann außen mit Korund abgestrahlt werden. Dies beseitigt alle Reste des alten Lacks und eventuell äußere Rostschäden. Innen wird der Tank nun versiegelt. Zur Versiegelung darf natürlich kein Fett- oder Ölrückstand vorhanden sein. Das Metall muss blank und trocken sein. Die Zwei-Komponenten-Versiegelung wird im richtigen Verhältnis gemischt und verrührt. Mit einem Pinsel oder einer Farbrolle wird die Versiegelung entlang der Innenwand des Tanks ausgestrichen. Die Versiegelung soll später den direkten Kontakt des Kraftstoffs mit dem Metall vermeiden. Dadurch wird der Tank ganz sicher vor Korrosion geschützt. Die Versiegelung ist so gewählt, dass der Kraftstoff die Versiegelung auch bei dauerhaftem Einsatz nicht lösen kann. Die Versiegelung wird nur kurz bis vor dem Rand aufgetragen. Eventuell muss ein zweifacher Anstrich erfolgen. Die beiden Tankhälften werden nun wieder miteinander verschweißt. Zuerst werden die beiden Hälften aufeinander gesetzt und durch Punkte verschweißt, damit die Hälften passgenau sitzen. Das abschließende Verschweißen erfolgt durch eine autogenen Schweißnaht. Im letzten Schritt wird nochmals etwas Tankversiegelung in den Tank eingefüllt und der Tank mehrere Minuten lang rundum geschwenkt. Damit werden auch die Stellen, die entlang der Naht noch nicht eingestrichen wurden, nachträglich versiegelt. Der Tank sollte nun noch einige Tage ruhen und auslüften, bis er wieder in den Einsatz gebracht werden kann. Nachdem die Naht verschlossen ist, kann der Tank einer neuen Lackierung unterzogen werden. Nachdem die Naht in den Takt nicht gebrochen. Nachdem die Naht-Marchie verschweißt, kann der Tank viele Ausflugze in der Luft gusten werden, die Nachdem in der Energie gef Epidängelung durchgeführt werden. Nachdem die Naht-Marchie wird noch einmal gegen die Naht-Marchie geführt. wird es in dieser Zeitpunkt gibt, weil Ärzte die Naht-Marchie über die Platte Nachdem die Naht-Marchie ist öffendet. Vielen Dank.